So, bin wir da. Ich komme sofort, ich muss kurz abschließen. Ich komme sofort, ich muss kurz abschließen. Ich bin auf dem öffentlichen Server. Ich wollte nichts wieder auf Langgame gehen. Ich bin auf dem öffentlichen Server. Ich bin auf dem öffentlichen Server. Ich liebe dein Auto. Ich bin auf dem öffentlichen Server. 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 Dann lade ich hier ein. So was kann weh tun. Du hast direkt vor der Tür zu landen? Nein, mit dem Job an den Hammer reinfahren. Ich bin auf dem öffentlichen Server. 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 Du hast ja schon erzählt, dass ich Geschicklichkeitsspieler hasse. Nein, willst du es mir denn sagen? Ja. Gut. Schön mit so einem Edinger-Egel. Oh, ich höre hinter mir Gewitter. Ah, unfassbar ey. Ich denke noch, das sind irgendwelche Leute. Unglaublich, das ist. Ja, ich finde es auch gut. Da steht die Schleuderhommel. Ich habe nur gerade geguckt, wo Werner ist. Oh, hier ist dein, ja. Oh, darf ich den auch zu Schrott fahren? Nein. Komisch, das sind zwei Leute die selben Fragen. Das ist jetzt Ansicht. Haben wir nicht schon irgendwelche Teamfarben? Keine Ahnung, die sind so teuer. Leider habe ich noch nicht drauf geguckt. Ach so. Ich wäre für rosa. Ja, wundert mich nicht. Also, das hätte ich jetzt auch gefahren. Nachdem der Heide durchmanövrieren, hättest du nicht gekonnt. Nee, aber irgendwo vorfahren. Mensch, ich wollte gerade auf irgendwelche Farben gucken und so ein Scheiß jetzt. Hoffen wir sicher, dass einer kommt. Die Unglück. Ja, bleib stehen. Die Leute würden sich in der Rot noch bestehen bleiben. Hier vorne ist der Auto. Können wir ein bisschen weiter gelaufen. Hey, quatsch mich noch nicht voll. Ha, ha. Driller, start hacking your network. Komm, mach, mach. Steigen eine Verbindung bevor du die Bankstern. Dann wirst du wieder auf den Waldstern. Der Moore ist geschehen. Das ist ein Programm zu können. Also, du kannst du so viele Fähigkeiten wie du willst, und man weiß, dass sie sich entstanden haben. Wenn du diese Pferde durchlehen, keine Rückfläche zurück. Ach so, eigentlich nicht zurück. Weil ich habe sehr viel Arbeit in dieser Zeitung. Und ich werde dich wirklich mit dir nicht verletzt, wenn du nicht durch sie mit dem. Das sind 2. Und dann kannst du dich mit auf jeden Wochen und dann schreiten die Rundfot hinter dir. Mann! So, hier was du vorhin weg. So, since we're actually doing this, I'm gonna talk you through it one last time. We've given you pump-action shotguns to take in. They should look intimidating enough. Hey, you both go in. You go in hard. There are four security cameras in the foyer. Driver, take them out as soon as you walk in the door. Then you're on ground control. Driller, when you're in the network, you'll be able to open the vault door on your phone. Go back to the safety deposit room and start drilling. You get the box, come out of there, get in the car and hit the road. A part of money I put up for this job went to getting you out clean. I hired the best guy in the business to get you away from the curbs. He wasn't cheap for the expenses he submitted. But, you know, only the best. If you're out of the bank, all you gotta do is get to him and he'll get wet. I think you can match it. I'm done now. We're all about to worry now. You're at the bank. You need to wait until the trailer's gotten to their network before making a move. You don't have time or resources to open the vault door. I've taken the short way. Use the phone, take out your phone and trigger the door! Leidensam. Langsam nach vorne, weil sobald er anfängt rot zu glühen, halt wir ein bisschen zurück wieder ziehen. So nach oben und die Maus. Mit was für einer App mach ich das jetzt auf? Ach da, das hat er es doch. Ich sitze die ganze Zeit und warte, dass was passiert. Warte. Tja, dann mal los. Links, rechts und zwei um die Ecke. Wo muss ich hin? Treten in den Raum, ach da ist der andere. Das war ein toller Bohrer. We need that box. You need to hurry this up. Oh, Bohrer ist rot. Er musste warten, bis er halt wieder frei ist. Wie geht's mit dem Drill? Hier wird sich gemacht. Gibt's ja gar nicht. Auf der letzten Sekunde nochmal. Darf ich mich verarschen? Also ich hab hier Dauerüberhitzung. Ja, dann muss er noch ein bisschen langsamer dann. Und schön langsam vor. Du ganz ganz sacht wirst vor. Hast du mal nen Sprenglader? Schön Brüller. Boah. Ich hab das Ding. Wir brauchen den Inhalt. Ich hab das Ding. Du hast es. Du hast es. Dann zurück in die Auto. Das ist die erste Art Weg zu sterben. Oh, Gott. Oh, Gott. Wunderschöne Einschusslöcher. Sehr gut. Ja. Ich bin begeistert. Verglückt jetzt an die Unsegarre. Aha. Aha. Ist das gewollt? Ja, na. Ich weiß. Hab ich mir gedacht. Ah, Thomas X. extra langsam wegen der Lücke da. Ey. Ah, jetzt passt tatsächlich genau durch. Oh, Mann. Mit Pirouette. Ja. Ich freu mich. Nimm uns mit. Lüft auf. Lüft auf. Ganz interessant mal die andere Seite zu sehen. Ken Touches. Achso. Abgeschlossen ohne verletzt zu werden. Stimmt, sonst war ich der Fahrer oder hatte ich pauschale um meinem blauen Fleck. Schuss, komm mal weg. Ich hab ihn mit mir geflogen. Schuss, komm mal weg. Schuss. Schuss, komm. Ich hab ihn mit. Schuss. Ich hab ihn mit. Schuss, komm mal weg. Ich hab ihn mit. Scheuss. Und in der Momentum, wenn jemand kommt zu mir, ich unterstelle, ich sage dir, einen gerechtigen Hand. Hey. Das war erst mal, aber nicht. Du blingst. Wie ist es dann denn? So, jetzt wollen wir doch mal gucken Bladin Acht Minuten Mann, Mann, Mann Oh, weniger Schaden Hat geklappt Ja, geschafft Verdammt Das habe ich alles so geplant mit dem Mein Pio retten Ja, wo die wo die Sehr schön Wieder ein, zwei Euros gemacht Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.